Ende Juli fand wieder das Internationale Kulturfest Übergänge Pschrechudi statt. An vier Tagen wurden die beiden Städte Gmünd und Czeske Wellenitze zu einem gemeinsamen Festplatz. Pschrechudi Übergänge gibt es seit 2004 und zwar war das der Moment, wo Tschechien dem EU-Raum beigetreten ist. Und es war einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam ein Fest haben, wo wir Österreich und Tschechien, Freundinnen in dieser wirklich außergewöhnlichen Stadtsituation von Gmünd und Czeske Wellenitze, die ja eigentlich eine einzige Stadt immer waren, dass man da eben gemeinsam feiern kann. Wir haben zum Beispiel heuer 45 Programmpunkte, wo Tanz, Musik, bildende Kunst, Wir haben fast immer eine geschichtliche Konferenz dabei oder eine vorausschauende Konferenz dabei. Es gibt Straßentheater, es gibt Puppentheater, es gibt Kindertheater, es gibt viel für Erwachsene und für Kinder. Es gibt einen Bus, der eben diese zwei Städte verbindet miteinander. Musik 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 Hold me, love me, Ain't that no cover, babe, This is me. Der Grundsatz von Schrechow-Die-Übergänge ist einfach Kunst ist Kommunikation. Und Kunst ist immer das, wo man am einfachsten miteinander sprechen kann, wo man am einfachsten miteinander kommunizieren kann. Kunst sprengt sozusagen alle Grenzen. Kunst ist dieser Übergang. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass viel miteinander gesprochen wird, dass Brücken gebaut und Vorurteile einfach abgebaut werden. Beide, ich bin祝ert hier. Untertitelung des ZDF, 2020